Totgesagt in dem Länger 400 Representer BTM der Skorder sagt mir welche cool ist besser Hanukkah, Fyrus, Habescher Was los? 2013 zurück mit dem Album Oha Mohamed, ist gut, ist gut Ist gut Hey, hm, diese Gelatine Schweinefleisch, Schweinefleisch Warum sie warum zu essen? Schweinefleisch, okay? Alhamdulillah, Alhamdulillah Das ist Schweinefleisch, ja? Alhamdulillah, das ist nicht wirklich Schweinefleisch Schweißen diese K*** Ich will essen Du schlag Wir haben deine Papi Guckst du was haben wir hier gemacht? Diese Zinger Wie viel vordern wir? Was vordern wir? Geld? Du K*** Mehr Geld Oder diese Hast du gehört? Acht die Dritte Guckst du diese CD machen? Totgesagt in dem Länger, Acht der Dritte Acht Millenium du Hohenzoll Wir ficken deutsche Rapszene Kapsso Album Ich leckso sonst dieser man Eure idol Deutsche Rapszene Ich ficken deutsche Rapszene Lektion 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 Siehst du wie wir machen? Korrekt Korrekt Wir sind nicht K*** Amerika Wir lassen uns nicht verarschen Dito von meinem Großgesang Usama Papa war nicht um Tanzen Lektion 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 Ihr habt ordentlich schmutzig gemacht von unseren Kindern Und dann musst ihr hier sitzen dann gibt ich ihnen eine Backweife Steh auf! Ich bin nicht immer, dass ich auch Lektion Lektion Zwei Stunden zurück und den auch Lektion 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 Deutschland Lektion 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 Boah das wäre es jetzt halt Warte mal stopp Lektion 8.3. März 8.3. 2012 Yung Ich weiß nie den Demut! Deutschland! Hören sie mir nicht zu! Dieser Mann! 8. März! Ich schwör! Todgesagt! Nehmen länger! 72 j� denen ab! Was sind das für die Ränke? Bermarie, Alter! Was ist das für die Ränke? Wer ist auf die Dinge kommentiert? Ja, da war's, Alter! Da gibt's doch einen dronigen! Wir fordern größere Big Macs! Wir fordern... Wer damit soll einen Hallett für euch machen? Deutschland! Guckst du, was haben wir hier gemacht? Ihr ****** Was, deutsche Rap-Szene? Wir ficken deutsche Rap-Szene! Wir verpacken! Wir wollen das eigentlich gar nicht machen, aber wir müssen das tun. Das ist wegen... Zeit um Album zu kaufen! So ein ****** Sag mal auch noch was. Hurensohn, mich zu Deutschland! Auch wenn Lachen meine Freunde, nichts Lachen gibt hier! Wir haben uns gefunden, hier ganze Weg von überall! Von Kurdistan, Algerien, Eritrea, Türkei bis hierhin! Um diesen Mann zu finden, haben wir gefunden! Hurensohn, mich zu! Hurensohn, ich zu! 8.3. kommt ein Album von der Gruppe BTM Squad! Hurensohn! Musst du kaufen! Ansonsten! ... ... ... Ich hab keine Lust mehr! Ich geh jetzt retten! Was ist mit dir? Haut rein! Ciao.